so moin moin hallo youtube herzlich kommen zu einem neuen video hier auf auto heinz ja und im hintergrund entsprechend habt ihr es euch sicherlich schon gedacht heute ist es wieder mal zeit für ein neues community video das heißt ich blende euch hier mal den kommentar an den ich heute hier in diesem video mit euch so ein bisschen bequatschen möchte es geht um meine schnitzmesser meine top 3 an schnitzmesser top 3 ist sehr sehr eng gefasst das sage ich direkt voraus top 5 oder top 10 sind da deutlich einfacher aber ich habe mich jetzt mal nur auf die messer beschränkt mit dem ich am häufigsten schnitz projekte umsetze umgesetzt habe und so weiter und so fort ein kleiner disclaimer noch bevor wir einsteigen mit den messern es ist eine ganz wichtige sache schnitzen das ist wirklich was was jeder für sich selbst ganz ganz doll entscheidet welche messer er bevorzugt welche stelle er bevorzugt welche art und weise wie er was macht es gibt leute die mit holz schnitzen die ausschließlich holz schnitz messer benutzen und das ist ganz wichtig der unterschied das sind meistens sehr sehr kleine messerischen werkzeug wenn ihr so wollt mit dem man sehr filigran arbeiten kann und so meine schnitz projekte sind eher rudimentär sind eher so im buschkraft bereich anzusehen das heißt ich habe so sachen wie löffel spartel gabeln meinen küchenfreunden pfannenwender wenn ihr so wollt aber ich schnitz halt auch mal gerne so ein bisschen kinderspielzeug zum beispiel wie hier mein rennwagen den ich für einen meiner jungs geschnitzt habe komplett hier mit holz nägeln angepinnt die löcher aus ausgehoben oder enthüllt mit einem victorinox und so weiter und so fort aber die räder und den rennwagen körper und so alles eben halt geschnitzt von hand mit einem messer oder ich mache halt eben sachen die in der küche in irgendeiner art und weise mal draußen so ein bisschen zu benutzen sind hier so kleine idee von einem löffel von einem spachtel die man so zum essen benutzen kann oder man nimmt hier halt noch teile raus dann hätte man vielleicht eine gabel eine gabel sieht bei mir aber eigentlich immer so ein bisschen anders aus ich habe jetzt einfach nur mal exemplarisch drei so kleine projekte hier mitgebracht und um euch dann zu zeigen hier ein schönes einfaches flugzeug für eure kids auch super simpel zu machen sehr sehr schön und sehr sehr haltbar und ich sag euch eins eure jungs oder eure mädels die werden euch lieben wenn die solches zeug bekommen und ja meine jungs haben damit ewigkeiten lange gespielt dann nachher sind sie irgendwann zu mir auf mein regal gewandert damit die halt so ein bisschen bleiben erhalten bleiben ja ihr seht aber sicherlich auch eben dass es hier alles etwas gröber gehalten ist ja hier geht es eben halt nicht um ein super finish und so weiter und so fort sondern eher halt um schnitts projekte im ursprünglichen sinne also ein schnitts projekt was theoretisch auch ich sag jetzt mal ein kind mit einem papa oder mama zusammen oder opa oma verwirklichen könnte ja genauso wie so ein rudimentäres projekt wie saß hier ein ganz einfaches oder auch ein rennwagen kriegen kinder mit unterstützung hilfe und anleitung hin natürlich in kleinen schritten nicht innerhalb von einer stunde und so ne hat immer halt ganz ganz viele regeln und sachen und so zu beachten so jetzt kommen wir zu meinen jetzt kommen wir zu meinen top drei schnittsmessern und zu den dingen die mir wichtig sind dabei wichtig dabei ist mir immer eine relativ kurze kleine klinge bei den schnittsmessern mir ist ein relativ weicher stahl wichtig also maximal so 58 57 58 vielleicht auch mal 59 rockwell aber auf keinen fall mehr nicht in den 60er bereich gehen weil die klingen die müssen gut mal mitgehen auch um enge kurven mitgehen und beim schnitzen passiert es halt auch häufig dass die messer relativ schnell wieder stumpf werden durch diese vielen kleinen gesetzten katz und dann möchte ich eben halt auch messer haben was ruckzuck wieder nachzuschärfen ist deswegen habe ich jetzt meine auswahl getroffen ich hätte jetzt wieder das gaut ich hätte wieder das easy camplor zeigen können aber ich wollte euch wirklich auch mal messer zeigen die ich vielleicht erstens nicht so oft in die kamera hatte und zweitens mit den ich wirklich sehr sehr gute erfahrungen gemacht habe beim schnitzen ganz wichtiger punkt wieder die top drei bedeutet nicht erster zweiter dritter platz sondern die sind gleichwertig stehen die sich gegenüber aber damit ich eine einordnung habe da geht es heute eher darum so um die häufigkeit und die die möglichkeit es wirklich anzuwenden so und dann kommen wir fürs grobe hier zum brisa necker der ist aus einem 12c 27 stahl in einem sandwick stahl das ist der gleiche stahl wie mora den auch verwendet dieses messer ist halt eben dafür bekannt dass es halt ein super cooles kleines günstiges edc messer ist weil wir reden hier von unter 50 euro neukaufpreis und ja das sind eben halt die richtig coolen messer um eben halt hier in sachen handlage ne einfache kurze cuts zu setzen aber die gehen halt auch gut ins holz rein aufgrund des stahls aufgrund des flachschliffs ihr könnt ihr relativ leicht wieder abziehen nachschärfen und das brisa necker ist eben halt als schnitzmesser für ganz wichtig für die groben vorarbeiten sehr sehr cool also um zum beispiel auch hier mal so ein stück holz hier raus zu batonen damit könnt ihr kein lagerfeuer holz batonen obwohl das auch geht man muss halt nur die richtigen techniken können aber hier könnt ihr halt so super cool holz weg nehmen oder hier diese räder schön anschnitzen und so weiter und so fort das brisa necker eins meiner liebsten messer wenn es ums schnitzen geht es ist nicht so hochpreisig es ist leicht nachzuschärfen es verzeiht auch mal einen fehler der rücken hier ist auch schön scharf damit kann man beim holz hier schön kanten brechen wenn ihr hier so kanten bereiche habt hier dann kann man hier gut holz vorsichtig abnehmen um eine kante schön glatt zu kriegen also das ist ein wirklich sehr sehr cooles vielfältiges messer kommt entweder in lederscheide oder wie hier mit einer kydex super schönes messer toller platz drei mein platz zwei ist ein pucco ein condor pucco und das condor pucco knife sieht so aus und ist wirklich das schnitzmesser vor dem herrn es hat alles wirklich was ein schnitzmesser haben muss es hat den 1095 kohlenstoffstahl den ihr rasiermesser scharf bekommt in super kurzer zeit der richtig schön mit geht durch den anschliff der ist das ist ja das ist ja ein cent wie heißt ein skandi anschliff oder zumindestens zumindestens kann die angelehnt also es ist nicht ein hundertprozentiger skandi anschliff aber es ist zumindestens ein angelehnter daran der beißt richtig krass ins holz mit diesem wunderschön messer habe ich den löffel hier zum beispiel geschnitzt ja alles daran weil hier wirklich auch die ganz feinen schnitte setzen können ihr könnt hier schön um die kurve arbeiten mit dem messer ihr könnt ihr die kanten schön mit brechen das messer ist halt wirklich einfach mega mäßig zu führen und das ist bei einem schnitzmesser wirklich sehr sehr wichtig dass ihr sehr fein damit arbeiten könnt ja also ihr habt in der hand der griff der ist halt so schön rund und nicht toll in der hand die holz griff scheinen machen auch spaß in der hand ihr habt hier kein jimping was euch nervt oder so und das teil ist jetzt halt sehr sehr führig ihr habt eine schön schmale klinge ähnlich wie beim easy camp law ganz wichtiger punkt nämlich das auch ein sehr gutes schnitzmesser hat es aber nicht in meine top 3 geschafft ist halt so in der top 5 wäre es halt sofort drin aber das pukko von condor ist eine klasse für sich wirklich wirklich meine lieben ist eine klasse für sich ist ein saukules teil auch so um die 50 euro meine ich hat mich gekostet viele werden sagen zu teuer alles klar gar keine frage aber das teil hier begleitet euch ein leben lang und ihr werdet da immer spaß dran haben und es ist kein reines schnitzmesser ja ihr könnt in der küche benutzen ihr könnt zum schnitzen benutzen ihr könnt im edc alltag benutzen kommt in so einer lederscheide finde ich jetzt persönlich nicht so cool in den lederscheide aber trotzdem liebe ich das messer ja also eine kidex scheide fände ich immer besser allerdings zu den holzgriffs scheinen passt auch eine lederscheide einfach viel besser das condor pukko knife oder woodwise gibt es auch und so also condor hat da zwei drei modelle aber achtet darauf es muss dieses hier sein weil es die größenverhältnisse auch hat also die kurze klinge die schön zehn zentimeter griff und eben halt die stahlversion ist auch eine ganz wichtige denn ein weicher schnell nachzuschärfen da stahl ist da wirklich sehr sehr sinnvoll meiner meinung ist wirklich ganz wichtig dass wir das hier noch mal deutlich machen es ist wirklich hier ein video was ich für euch mache es ist meine meinung meine erfahrungen in sachen schnitzen schnitz projekte es gibt leute die machen da viel mehr haben deutlich mehr erfahrung als ich und haben natürlich auch eine ganz andere ansicht also bitte 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 nehmt das hier nicht als non plus ultra lösung sondern ihr wolltet dieses video was sind meine top drei schnitzmesser und ich stelle euch einfach jetzt meine sichtweise meine ideen und meine gedanken dazu da so kommen wir direkt zu platz eins das ist nicht umsonst platz eins nämlich es hat in mehrererlei hinsicht wirklich den platz eins verdient aber vor allen dingen aufgrund der häufigkeit das mora eldris ist meiner meinung nach eins der besten edc neckknives bla 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 die ich kenne so ein ding sollte jeder zumindest mal im rucksack im auto in seiner handtasche haben ich habe viele videos dazu gemacht zu diesem wunderschönen kleinen messer ich habe viele videos auch schon dazu gemacht warum ich es für ein so ultra gutes messer halte meine frau ist übrigens selbst nutzer und besitzerin eines mora eldris in diesem wunderschönen aqua grün blau vom letzten jahr diese limited edition super geiles teil wirklich ein super super tolles messer es hat einen scharfen rücken mit dem könnt ihr einen feuerstahl anreißen es ist nicht zu dick ja das ist beim schnitzen und beim arbeiten wirklich so gut es hat eine sehr kleine klinge es hat mehrere angeschärfte zonen hat einen ganz interessanten scandi anschliff der zwei verschiedene zonen hier hat hat den 12 c 27 sandwick stahl ist also auch rostfrei und trotzdem leicht zu schärfen und ist halt ultra stabil es ist ein stabiles tolles kleines allzweckmesser aber zum schnitzen ist es einfach die wucht und das hatten grund meiner meinung nach denn dieser anschliff ja also ihr habt ihr einmal den scandi anschliff den ihr von mora kennt und dann habt ihr hier diese zweite zone in der rundung die noch mal so abgeflacht worden ist ich denke das könnt ihr alle relativ gut hier sehen und diese zone die sorgt dafür dass dieses messer ultra gut ins holz geht die klinge ultra gut ins holz geht sehr 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 fein und genau abzustimmen ist sehr sehr führig arbeitet ihr habt hier wirklich einen angeschärften bereich bis zum griff eine richtig wichtige sache denn beim pukku zum beispiel da fehlt euch ein halber zentimeter beim beim briser necker fehlt euch hier ein halber zentimeter und hier könnt ihr direkt hier vorne am anschlag ansetzen ja also ihr könnt hier direkt wirklich jeder millimeter den ihr klinge habt der ist auch scharf und lasst euch bitte nicht davon abschrecken dass das mora eldris insgesamt ein relativ kompaktes messer ist oder ihr denkt das ist ja weit unter zehn zentimeter griff bei mora eldris ist das völlig egal ich habe das genauso gedacht wie ihr ich bin jemand der muss unbedingt mindestens neun zentimeter neuneinhalb zentimeter zehn zentimeter griff haben da bin ich ja beim briser necker schon immer hart an der grenze weil ich immer das gefühl habe das messer liegt dann nicht gut in meiner hand weil ich eine relativ große hand habe mit handschuhgröße ziehen hier gar kein problem ihr seht es selbst es ist bei mir theoretisch ein drei fingermesser vielleicht auch dreieinhalb wenn ich hier ganz nach vorne gehe machen es mal so aber auf keinen fall ein vier fingermesser und deswegen halte ich es meistens mit den drei fingern und wie selbstverständlich legt sich der kleine finger hier hinten ans gummierte griffstück und stabilisiert das messer hier der daumen wandert vorne auf die klinge und jetzt geht die party ab ja also jetzt habe ich hier die volle kontrolle über diese knapp viereinhalb zentimeter klinge und kann hier alles mitmachen ich kann um jede mini kurve gehen ich kann linien führen ich kann hier wirklich alles mit tun das mora eldris ist für mich absolut ein herausragendes messer für deutlich deutlich unter 30 euro in dieser einfachen version es gibt zeiten da kriegt ihr die mora eldris serien bei dem versandhaus mit dem großen a für 23 oder 24 euro der standardpreis liegt eher so bei 25 bis 29 euro diese sets die ihr mit diesen ganzen bändchen und tülle mülle zeug habt für 45 euro das jetzt nur meine sache nur meine meine meinung ja die fühle ich mir niemals holen auf gar keinen fall ich würde mir immer eins holen ein ganz einfaches kommt immer in der box hier mit einer kunststoff scheide mit auslauf mit dem messer mit der möglichkeit den griff zu verlängern stabil zu verlängern wenn ihr doch mal irgendwie meint ihr braucht mehr halt dann packt nimmt ihr die hülle habt den die volle hand zum greifen hier das messer steckt hier auch fest drin ja also hier geht nichts raus gar nichts hier ruckelt und wackelt nichts ihr könnt hier einfach jetzt ein volles messer benutzen und da richtig mit push pushing cuts machen und was weiß ich nicht alles das ist wirklich ein mega cooles teil und meiner meinung nach ein echtes survival knife wirklich aber eben halt auch eins meiner aller aller liebsten schnitzmesser ist so so ein kleines mora findet ihr bei mir praktisch wirklich überall wo man ein kleines neck knife gut gebrauchen kann wie gesagt in einem rucksack im auto im hänger und so weiter überall mit einer anderen farbe ist halt immer gut davon was haben und ihr kriegt halt ich sag jetzt mal total übertrieben andere leute holen sich eben halt hier für 50 euro so eins und hier für 50 euro kriegt ihr zwei von denen schwupps habt ihr schon eins im auto eins im rucksack oder in eurer handtasche oder sonst wo das morale driss ist also wirklich ihr seht es sicherlich an meinem ganzen gelaber hier wirklich ein sehr sehr sinnvolles messer habe ich auch wirklich schon super oft in meinen videos gehabt erwähnt und gezeigt auch was das teil drauf hat und zum schnitzen ist es einfach wirklich sehr sehr cool sehr sehr brauchbar und auch sehr haltbar ja auch eine wichtige sache so das soll es mit meiner top 3 zum thema schnitzmesser gewesen sein ich halte sie noch mal eben einmal für euch in die kamera das brisanecker das condor pukko und das mora eldris auf platz eins meine drei schnitzmesser die ich regelmäßig benutze und mit denen ich sehr sehr gute erfahrungen gemacht habe nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch unmengen mehr tolle messer zum schnitzen gar keine frage auch weg auch natürlich messer mit langen klingen mit denen man schön schnitzen kann aber beim schnitzen ist es bei mir eben halt so es kommt manchmal auf die feinheiten an es kommt auf die kleinen sachen an und da ist eben halt messer mit einer kurzen klinge die man besser überblicken kann die man besser führen kann die man besser kontrollieren kann einfach die bessere wahl liebe grüße an alle meine zuschauer ich hoffe euch hat das video gefallen schreibt mir fleißig in die kommentare wenn ihr noch ein anderes messer habt was eurer meinung nach ein super gutes schnitzmesser abgibt und dann sehen wir uns wieder beim nächsten community video und der nächsten frage die ihr mir gestellt habt hier auf auto heinz bis bald leute ciao und 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 und